Jo Leute was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja und im heutigen Video möchte ich euch einfach mal zeigen wie ihr ganz einfach selbst einen MOC modden könnt. Was braucht ihr dafür? Ja ihr braucht dafür selbstverständlich einen Bunker, eine MOC und zusätzlich braucht ihr noch einen gemodeten Flak Anhänger. Wie ihr den gemodeten Flak Anhänger bekommt, ja das Video werde ich euch in der Videobeschreibung verlinken. Ja rennt einfach zum Mechaniker, dann geht ihr auf mobile Kommando Zentrale modifizieren, Zugmaschine umbauen und dann ändert ihr einfach irgendwas. Es ist ganz egal was, ob sie auch irgendwas ändern. Dann geht ihr auf Anhänger umbauen und nun scrollt hier ungefähr so für fünf bis zehn Sekunden einfach nur hin und her. Also nach unten und nach oben, das ist ganz egal. So für fünf bis zehn Sekunden. So wenn ihr das gemacht habt, dann geht ihr einmal auf Flak Anhänger modifizieren und nun ändert ihr dort irgendwas. Ist auch ganz egal was, nur ihr müsst auch wieder irgendwas ändern. Wenn ihr das gemacht habt, geht ihr zurück auf mobile Kommando Zentrale modifizieren. Bestätigt aber jetzt nicht, sondern jetzt müsst ihr einfach irgendjemanden random joinen. So, habt ihr nur jemanden gefunden, den ihr joinen könnt, dann tut ihr einfach die Sitzung beitreten. Und dann wartet ihr jetzt bis ihr in der neuen Lobby gespawnt seid. So seid ihr in der neuen Lobby angekommen, dann rennt ihr einfach wieder noch zu eurer MOC hin und dann seht ihr schon, dass eure MOC jetzt gemoddet ist. Ja, um ganz sicher zu gehen, geht dann noch einmal zum Mechaniker und ändert noch mal irgendwas an der MOC, damit es dann abspeichert. Ist auch wirklich ganz egal was, ob es Bremsen sind oder ist wirklich ganz egal was, ändert es einfach. Und ja, das hat es schon gespeichert. Und ja, das war es schon mit dem kleinen, aber feinen Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!